Schorndorf, Samstagabend. Ausgelassene Stimmung beim Volksfest auf dem Marktplatz. Doch in der dicht gedrängten Menge soll es zu sexuellen Belästigungen gekommen sein. Sowohl hier als auch auf dem benachbarten Bahnhofsvorplatz am Vorabend. Als Täter wurden vier junge Flüchtlinge ermittelt. Der Stand der Ermittlung ist, dass wir so um die Mittagnachtstunde drei junge Afghanen hatten, die eine 17-Jährige uns wirklich berührt haben, belästigt haben. Und das andere war schon am Freitag. Da ist ein 20-jähriger Iraker tätig geworden gegen 25-Jährige. Neben den beiden Belästigungen gab es in der Nacht zu Sonntag dann noch Krawalle im Schlosspark. Unter den randalierenden Jugendlichen soll eine größere Anzahl mit Migrationshintergrund gewesen sein. Wie nun bekannt wurde, kam es nicht nur in Schorndorf zu Übergriffen. Auch beim Holy Festival in Böblingen gab es Auseinandersetzungen. Eine Gruppe afghanischer Asylbewerber soll an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein. Als die Polizei die Personalien aufnahm, meldeten mehrere junge Frauen, sie seien von zwei der Männer sexuell belästigt worden.